Nach dem Challenge ist vor der Challenge und so wird es dann auch kommen. Ich habe es ja auch schon angedeutet. Bei uns war es auf jeden Fall so, dass die Reise vom Mittelmeer hierhin irgendwie doch was mit uns verändert hat und am Ende wir unser Leben jetzt ein bisschen umgestrickt haben. Heißt auf Deutsch, dieses Jahr dreht sich alles ganz viel um Wassersport. Damit keine Langeweile aufkommt und auch der Spaß natürlich nicht zu kurz kommt, werden wir unter anderem auch regelmäßig neue Projekte an den Start bringen. Seid gespannt!